Hi Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute testen wir auf jeden Fall die Storm von Xplode. Das sind vier kleine Brummkreise mit schöner Verwandlung. Das sind Neuheit vom letzten Jahr, 2019. Wir haben hier auf jeden Fall eine NEM von 30 Gramm auf vier Stück. Preislich liegen wir da so bei 2,50 Euro pro Paket und da ich sie noch überhaupt nicht so kenne, würde ich mir behaupten, verschwenden wir keine Zeit und gehen dann gleich mal raus zur Erzündung und schauen uns an, wie die Teile so sind. So, wir zünden gleich mal noch die Storm hintereinander weg. Hier ist die Brummkreise mit silberem Aufstieg oder teilweise silberem Effekt. Die fahren wir erstmal raus. Die anderen reiten jetzt schon voll weg vor. So, da haben wir noch den nächsten. Ah, der Mann. Schon die schlechte. So, den letzten. So, also von mir eine Kaufempfehlung. , shocking! So, das geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017